Rüdiger Vogler ist ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Leben Von 1963 bis 1965 besuchte er die Schauspielschule in Heidelberg, engagierte sich während der Ausbildung am Zimmertheater. Danach spielte Rüdiger Vogler sechs Jahre lang am Theater am Turm in Frankfurt am Main, oft in Stücken von Peter Handke. Auch im Theater des Amandias in der Nähe von Paris und auf den Salzburger Festspielen stand Vogler auf der Bühne. Seine erste Filmrolle hatte Vogler 1970 in der Fernsehproduktion Chronik der laufenden Ereignisse von Peter Handke. Mit die Angst des Tormanns beim Elfmeter und Alice in den Städten startete seine Kinokarriere, die zwei Jahrzehnte lang mit dem Namen des Regisseurs W.I.M. Wenderseng verbunden war. 1975 erhielt er für seine Rolle in Falsche Bewegung das Filmband in Gold im Gesamtensemble. 2009 wurde er für den Part des Apothekers Gisübler in Ephibris für den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller nominiert. Außer in weiteren Kinofilmen trat Rüdiger Vogler in vielen Fernsehproduktionen wie dem Tatort Derrick und der Alte auf. Häufig ist er auch in ausländischen, insbesondere französischen Produktionen zu sehen. Rüdiger Vogler lebt heute in Paris und Mittelbuch bei Biberach an der Riss. Filmografie 1966 Publikumsbeschimpfung 1968 Meine Mutter macht Mist mit mir 1971 Chronik der laufenden Ereignisse 1972 Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 1973 Der Scharlachrote Buchstabe 1974 Alice in den Städten 1975 Falsche Bewegung 1976 Im Lauf der Zeit 1977 Gruppenbild mit Dame 1977 Die linkshändige Frau 1981 Die bleierne Zeit 1981 Beate und Mareile 1986 Väter und Söhne 1986 Tarot 1987 Das Tribe House 1989 Pink Palace Paradise Beach 1989 Der Fahnder Alte Kameraden 1991 Bis ans Ende der Welt 1991 Anna Gölden Letzte Hexe 1992 Tatort Bienzle und der Biedermann 1992 Derrick Mord im Treppenhaus 1993 In weiter ferne Sona 1993 Das Sahara Projekt 1994 Hasenjagd Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen 1994 Lehmelis 1994 Lisbon Story 1994 Rosarot 1994 1994 Tod in Miami 1995 Der Alt 1995 Wolfsrevier 1995 Die Gebrüder Skladanowski 1996 Eine Kindheit auf dem Mondmater 1996 Peanuts Die Bank zahlt alles 1998 Die Männer vom K3 1998 1998 Hallo Onkel Doc 1999 Götterdämmerung Morgen stirbt Berlin 1999 Doppelter Einsatz 1999 Ein Hauch von Sonnenschein 1999 Die Zauberfrau 2000 Anatomie 2001 SARS 2002 Die Achte Todsünde Toskana Karussell 2002 Bella Block 2003 Großstadt Revier 2004 Soko Leipzig 2004 Liebe ist die beste Medizin 2005 Kolditz Flucht in die Freiheit 2005 Der Letzte Zeuge 2005 Drei teuflisch starke Frauen 2006 Die Nonne und der Kommissar 2007 Der Staatsanwalt Freier Fall 2007 Der Staatsanwalt Hungrige Herzen 2007 Was heißt hier Oma 2007 Der Staatsanwalt Heiliger Zorn 2007 Der Staatsanwalt Erzfeinde 2007 Soko Köln 2008 Der Brief für den König 2008 Soko 5113 2008 Anonymer Eine Frau in Berlin 2009 OSS 117 Er selbst ist sich genug 2009 Er Vieh Priest 2009 Die Rosenheim Cops Alle haben Dreck am Stecken 2009 Nichts als er gar mit den Männern 2010 Geheimsache Ghetto Film 2010 Kein Geist für alle Fälle 2011 Der Dort Grabenkämpfe 2011 Das Blaue vom Himmel 2011 Polizei Ruf 110 Die verlorene Tochter 2012 Anleitung zum Unglücklichsein 2012 Zum Kuckuck mit der Liebe 2012 Ein Sommer im Elsass 2013 Rubinrot 2014 Die Fischerin 2014 Safir Blau 2015 Die Abhandene Welt 2015 Kommissar Mataler Engel des Todes Hörspiele 1993 Cornel Ulrich Der Mann gegenüber Regie Alfred Behrens 1999 Patrick Modiano Dora Bruder Regie Norbert Schäfer 2006 Edmc Bain Detmence Regie Ulrich Lampen 2006 Edmc Bain Hitze Regie Ulrich Lampen 2012 Fred Breinersdorfer Katja Röder Tödliche Kunst Regie Walter Adler 2014 David Zeyn-Mairovitz Drei Songs 1954 Regie David Zeyn-Mairovitz Drei Songs Drei Songs